Hallo, mein Name ist Thomas Wagner. Wir sind jetzt das vierte Mal hier im Center Park Smart Seeküste. Und uns hat es diesmal so gut gefallen, dass wir aus einer Woche zwei Wochen gemacht haben, spontan den Urlaub verlängert haben. Und das Ganze war mit einem Hauswechsel verbunden. Und jetzt haben wir bei der Kids-Animation mit den Meals gesprochen. Und der hat es dann für uns möglich gemacht, dass wir morgen sogar länger in unserem alten Haus bleiben können, sprich bis 12 Uhr. Und dann haben wir nur eine Stunde zu überbrücken. Und um 13 Uhr können wir schon das neue Haus einchecken. Und das erspart uns unheimlich viel Arbeit und unheimlich viel Mühe. Es ist nicht so stressig für uns. Und ein ganz, ganz großes Lob an das komplette Center Parksteam, auch an das Animationsteam, die Kids-Disco, die Kinderaktivitäten sind super, absolut perfekt. Der Publikumsmagnet für die Kinder. Und vielen, vielen Dank für alles und vielen Dank Center Park.